über Buß- und Hochzeitsgewänder, Gäste, die sich die Einladung zur Hochzeit verspielen und über die Frage, worauf es bei der Wahl des richtigen Gewandes schlussendlich ankommt. Sonntagsimpulse. Gedanken zum Evangelium für jeden Sonn- und Feiertag des Jahres mit Priester der Petrusbruderschaft. Heute mit Pater Julius Kappel. Vor uns liegt eine weite Ebene, von winterlicher Kälte gezeichnet. Inmitten der Landschaft erhebt sich ein einzelner Hügel, darauf einsam thronend eine Burg. Eine jugendliche, aber doch gebeugte Gestalt nähert sich von Ferne. Sie trägt ein weithin sichtbares Gewand, schlicht zerschlissen. Ein Büßergewand. Drei Tage harrt sie vor den verschlossenen Toren der Burg aus, um schließlich Einlass zu erhalten. So oder so ähnlich wird sich wohl der berühmte Gang Kaiser Heinrichs IV. nach Canossa abgespielt haben. Papst Gregor VII. löst den Kirchenbann, die reuge Umkehr wird akzeptiert. Die Kleidung hat wohl eine Rolle gespielt. Lampert von Hersfeld, ein altehrwürdiger Chronist, beschrieb die Begegnung so. Hier stand er nach Ablegung der königlichen Gewänder, ohne alle Abzeichen der königlichen Würde, ohne die geringste Pracht zur Schau zu stellen, barfuß und nüchtern, vom Morgen bis zum Abend. So verhielt er sich am zweiten, so am dritten Tag. Auch das irdische Leben unseres Herrn findet fest eingebundenen Kleidung statt. Beim Eintritt in diese Welt wird er von Maria in Windeln gewickelt, beim Verlassen in ein Grabtuch. Auf Golgotha seiner Gewandlung entrissen, stirbt er aller königlichen Würde, beraubt. Ein König hatte nun zum Hochzeitsmahl seines Sohnes geladen. Nur die Leute wollten nicht zurecht. Zwar ist es schon recht ungewöhnlich, dass geladene Gäste nicht zu einer Hochzeit erscheinen, mag man den Gastgeber auch verachten, für trocken und nass immerhin Deo gratias. Doch der eigentliche Skandal, die Katastrophe für die Hörer Jesu, da wird also ein Hochzeitsgast, der noch nicht einmal zur ersten Wahl, sondern eher zu den wahllos dazugekommenen Zelt, gefeuert. Er wird nicht bloß vor die Tür gesetzt, er wird hinausgeworfen in ein dunkles Loch der Gottesferne. Und das alles wegen eines Gewandes? Gut, es gibt falsche Kleider zur falschen Zeit oder am falschen Ort. Aber kann Kleidung wirklich über Leben und Tod entscheiden? Würde man davon ausgehen, die hochzeitliche Kleidung sei von den Einladenden gestellt worden, wäre das immerhin eine grobe Beleidigung des Gastgebers. Doch das trifft nicht den Kern. Denn die Kleidung erscheint eben gerade als Eigenleistung der Geladenen. Weiten wir einmal den Blick. Im Buch der Offenbarung im 19. Kapitel ist wiederum von einer Hochzeit die Rede. Diesmal von der Hochzeit des Lammes. Die Kleidung ist hier ein Bild für die, Zitat, gerechten Taten der Heiligen. Eben die guten Werke, welche die Braut vorzuweisen hat. Im Kleid steckt also mehr. Das bedeutet für unsere Erzählung, die später dazugekommenen Gäste dürfen sich offensichtlich nichts auf ihre Ersatzrolle für die Erstberufenen, die untreu geworden sind, einbilden. Sie werden immer noch an ihren Taten gemessen. Oder aus der Sicht des Gastgebers formuliert, er bleibt weiterhin anspruchsvoll. Die Kirchenväter haben darin schon früh ein Gleichnis für die Berufung der Heidenchristen gesehen, nachdem Israel zur Hochzeit des Messias nicht erschienen ist, um damit den warnenden Finger zu erheben. Euch wird es nicht besser gehen. Nur weil die einen den Vorzug verloren haben, bedeutet das keine Beliebigkeit für die Nachgerückten. Gott lässt sich nicht zum Narren halten. Gnade und Sakrament sind kein Freibrief, um mit der eigenen Bosheit fortzufahren. Das richtige Gewandtragen, um schlussendlich beim Hochzeitsmahl des Lammes am himmlischen Gastmahl teilnehmen zu können, heißt so viel wie, die Teilnahme gilt nicht automatisch, sondern muss sich gewissermaßen schon vorher bewährt haben. An den entscheidenden Punkten liegt Gottes Gericht und sein gütiges Erbarmen so nah beieinander, weil die Sache, um die es geht, so fundamental wichtig ist. Die Trennlinie ist äußerst schmal. So geht man eigentlich in Vorleistung, oder wie es der Herr sagt, viele sind zwar berufen, wenige aber auserwählt. Die Einladung ist ausgesprochen. Aber sie muss angenommen und dann eben auch vorbereitet ergriffen werden. Unsere Berufung soll sich durch Bewährung im Leben zur Erwählung in die Ewigkeit verwandeln. Beweist dafür sind nun unsere guten Werke. Wer gerettet wird, dessen Kleidung, seine Taten, ist gewaschen im Blut des Lammes. Für die Letzteren ist die Konsequenz umso schlimmer. Denn sie haben nicht einfach nur den Vorzug verloren, sondern werden aktiv und endgültig ausgeschlossen.